Hallo, hier ist wieder euer Robin für euch. Ich bin heute für euch in Münster unterwegs und führe euch ein bisschen rum und erkläre ein bisschen. Ja, hier kommen wir auf den neu renovierten Bereich in Münster. Links das Starbucks. Rechts Telekom, O2 und wie sie alle heißen. Die ganz, ganz großen Namen. Ja, Münster hat sich schon sehr verändert. Das ist aber nicht schlimm. Man muss ja mit der Zeit gehen. Gleich kommen wir auf den Hauptplatz, wo die meisten Veranstaltungen stattfinden. Gucken wir uns mal da um, was heute da so geht. Rechts Café Bar Colonia, Esprit und H4 Hotel. Oben, die Restaurant vom Hotel. Ja, dann sehen wir uns nachher mal wieder.